Bei Zucker wissen wir zum Beispiel extrem viele negative Dinge. Wir wissen, dass langfristig unsere Retina kaputt geht, beziehungsweise die ganz kleinen Gefäße, die im Auge sind, das heißt eine Retinopathie. Wir wissen, dass wir eine Nephropathie, also Probleme mit der Niere bekommen. Wir wissen, dass die Gefäße in unseren Füßen kaputt gehen, also alle kleinen Gefäßenden letzten Endes. Wir wissen auch, dass das Herz dadurch Probleme bekommt, Diabetes als Stoffwechselerkrankung. Und das sind Dinge mit chronischen Entzündungen und Co., von denen wir wissen, da ist das geringere Übel definitiv das Thema Südstoffe, wo wir momentan eben nicht wissen, ob es ein so großes Problem mit sich bringt.